Entspannen Sie sich Sie sehen nun etwas von Achtsamkeit und Gewahrsein und Sie wissen, inwiefern diese natürlichen Aspekte Ihres Daseins der Meditationspraxis zugutekommen. Sie haben hoffentlich für ein gleichbleibendes Meditationsumfeld gesorgt, haben für die Meditation einen festen Zeitpunkt arrangiert und wenden Woche um Woche ein bestimmtes gleichbleibendes Maß an Zeit für Sie auf. Ebenso haben Sie erfasst, was während der Meditation alles im Geist auftauchen kann. Das ist nicht immer nur einfach, wie Sie nun wissen. Ferner wissen Sie, dass Sie sich immer wieder in Erinnerung rufen sollten, wie wichtig auf diesem Weg ein sanfter Umgang mit sich selbst ist. Sanftmut zählt zu den grundlegenden Qualitäten, die Sie in die Lage versetzen, mit den größten Hindernissen, die bei Ihrer Praxis auftreten, Faulheit, übergroße Betriebsamkeit und Entmutigung zu arbeiten. Je regelmäßiger Sie praktizieren, umso mehr Einsicht gewinnen Sie in die Arbeitsweise Ihres von Gewohnheitsmustern geprägten Geistes mit seinen tausendfach zu Tage tretenden Emotionen. Umso mehr entdecken Sie zugleich den friedvollen Zustand, der Ihnen innewohnt, und können von einem Punkt aus handeln, an dem Ihr Handeln Gutheit zum Ausdruck bringt. An dem Punkt vollziehen Sie den Übergang vom Meditationskissen und einer daheim durchgeführten Praxis hin zu etwas, das nun überall in Ihrem Alltag zum Ausdruck kommt. Sie werden zu einem dharmischen Menschen, der die sieben im vorigen Kapitel skizzierten Eigenschaften so verkörpert, dass sich die meditative Geisteshaltung zeigt. Jetzt sind Sie bereit, auch den letzten Schritt Ihrer Reise zu gehen, einen wirklich schwierigen Schritt. Es ist an der Zeit, sich zu entspannen. Sich entspannen, das ist leichter gesagt als getan. Wir sind alle so verspannt. Bei den meisten von uns wird das Denken von der Vorstellung dominiert, erfolgreich sein zu müssen. Zum Beispiel meinen wir, den bestmöglichen Job ergattern zu müssen. Und kaum sind wir in einer Wunschposition befördert worden, halten wir gleich Ausschau nach der nächsten, in der wir mehr verdienen können. Als Single haben wir zwar viel Spaß, aber wäre es nicht schön, eine richtig großartige, amüsante Ehefrau zu haben? Vielleicht sollten wir eine Million Partnerschaftswebsites und Bars besuchen, um die perfekte Wahl treffen zu können. Und dann werden wir auch in puncto romantische Liebe erfolgreich sein. Wir können reich werden und mit dem vielen Geld schöne Sachen kaufen. Allerdings gehen die schönen Sachen anscheinend alle kaputt oder wir haben sie irgendwann satt. Aber sie zu besitzen heißt doch, dass wir erfolgreich sind oder nicht. Womöglich wird Ihnen all das ziemlich oberflächlich vorkommen. Ich finde es jedenfalls oberflächlich. Als Sie dieses Hörbuch ausgewählt haben, taten Sie das vermutlich mit der Vorstellung, es werde Ihnen helfen, erfolgreich zu meditieren. Erfolgreich einfach Sie selbst sein Der Witz bei der Sache ist natürlich, erfolgreich sind Sie allein darin, in höherem Maß Sie selbst zu sein. Sie lernen lediglich bei dem, was Sie bereit sind, bei allem, was sich auf dem Meditationskissen abspielt, wie auch bei den erfreulichen und den schmerzlichen Erfahrungen Ihres Alltags, entspannt zu sein. Das kennzeichnet Erfolg in einem meditativen Zusammenhang. Wir wollen uns mit anderen Worten nicht verkrampfen. Falls Sie angefangen haben zu meditieren, um zu lernen, wie Sie sich besser entspannen können, dann stellen Sie bitte sicher, dass die Meditation für Sie nicht zu einem weiteren Mittel zur Vergrößerung Ihrer Anspannung wird. Den abschließenden Schritt Ihrer Reise können Sie auch so betrachten. Als ein Sich-Lösen vom Anhaften an der Vorstellung, Anstrengung sei notwendig. Vielleicht hören Sie darin Anklänge einer seltsamen Unterstellung. Wir alle machen es uns jedoch, davon bin ich fest überzeugt, gewohnheitsmäßig unnötig schwer. Insbesondere beim Meditieren kann es ohne weiteres vorkommen, dass wir diese höchst einfache Praxis zu komplizieren versuchen. Schließlich braucht man ja lediglich mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu verweilen. Kann es was Einfacheres geben? Einfach weitermachen Regelmäßig lerne ich eine Handvoll Meditationsanfänger kennen, die gerade mit der Praxis beginnen. Und immer wieder bin ich erstaunt, wie Sie versuchen, die Meditation zu komplizieren. Während Sie sich über alles mögliche Gedanken machen, angefangen mit der Frage, ob die Augen tun, was Sie zu tun haben, über das Gefühl, nicht normal zu atmen, bis hin zu dem Gefühl, beim Meditieren liefen Sie Gefahr, den Körper zu verlassen, sitze ich da und höre mir an, worüber Sie sprechen. Zugleich rufe ich mir in Erinnerung, was meine Lehrer mir damals gesagt haben, als ich Meditationsanfänger war und versuchte, mir über meine Praxis den Kopf zu zerbrechen. Mach weiter mit dem Sitzen. Das war's. Meist bin ich bestrebt, auf die Menschen, denen ich begegne, etwas ausführlicher einzugehen und ihnen mehr Rückhalt zu geben. Leiste ich gute Arbeit, dann heben Sie am Ende den Blick und sagen, klingt ganz so, als bräuchte ich bloß mit dem Sitzen weiterzumachen. Stimmt. Wenn Sie einfach weiter sitzen, werden Sie sich von der Vorstellung lösen, Meditation und manch anderes in Ihrem Leben sollte mit Anstrengung verbunden sein. Sie dürfen sich einfach entspannen. Mein Ehrenwort. Verspieltheit entwickeln Wollen Sie lernen, sich zu entspannen, bildet die Zeit, die Sie auf dem Meditationskissen verbringen, die Grundlage. Im ersten Jahr der Praxis ist, mach weiter mit dem Sitzen, eigentlich für jeden Meditierenden oder jede Meditierende der beste Ratschlag. Und sich beim Praktizieren stets den Sinn für Humor und für Freude zu bewahren, ist nach meiner Erfahrung der zweitbeste Tipp. Damit knüpfen wir an das an, was wir über Sanftmut gesagt haben. Allerdings kommt hier zu der Freundlichkeit, mit der sich ein sanfter Mensch selbst begegnet, noch ein Element von Verspieltheit hinzu. Wenn Sie in Ihren Fantasien zum millionsten Mal mit jener einen Person Sex haben, anstatt zum Atem zurückzukehren, können Sie entweder über sich selbst frustriert sein oder sich einfach klar machen, wie albern die ganze Angelegenheit ist, und darüber lachen. Reagieren Sie auf Ihren verrückten Kolibri-Geist mit Sinn für Humor. Wer über das, was der Geist hervorbringt, lachen kann, erlebt die allerbeste Entspannung. Sich mit Freude und Leid entspannen Ob Ihnen das Leben nun saure Zitronen oder süße Limonade serviert, entspannen Sie sich in jede Situation und begegnen Sie ihr mit Wertschätzung. Mit anderen Worten, wird es in Ihrem Leben Zeiten geben, in denen die Lage großartig ist. Mit Ihrem Leben sind Sie zufrieden, Sie haben wunderbare Freunde, Ihr Partner oder Ihre Partnerin gibt Ihnen Rückhalt. Ihre Arbeit macht Ihnen Freude und gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie anderen Menschen weiterhelfen können. Im Großen und Ganzen geht es Ihnen gut. Erfreuen Sie sich daran, so wie es ist, ohne das Gefühl zu haben, Sie müssten irgendetwas in Ordnung bringen. Angesichts Ihrer Erfahrung von Zufriedenheit können Sie sich einfach entspannen. Ein andermal kommt einem das Leben richtig schwierig vor. Ein geliebter Mensch stirbt, Sie verlieren Ihre Arbeitsstelle und fürchten um Ihre materielle Sicherheit. Unerwartet verlässt Sie Ihre Partnerin oder Ihr Partner. Für Sie fühlt es sich an, als sei gerade die Welt untergegangen. Sie wollen nicht länger meditieren, sondern ausflippen. Erstens. Hören Sie nicht auf zu meditieren. Auf jeden Fall werden Sie dadurch in Ihrem emotionalen Erleben geerdet und besser mit ihm vertraut. Zweitens. Entspannen Sie sich. Genau wie zu der Zeit, als alles super glatt lief, müssen Sie nichts in Ordnung bringen. Entspannen Sie sich angesichts Ihrer Erfahrung von Kummer und Enttäuschung. Was auch kommen mag, wir können uns entspannen. Das macht die Schönheit der Meditationspraxis aus, die zugleich in allen anderen Bereichen Ihres Lebens zum Tragen kommt. Was auch immer sich zeigt, es ist Bestandteil Ihres Weges. Entspannen Sie sich damit, wer Sie bereit sind. Falls ich Ihnen noch einen letzten Hinweis geben darf, seien Sie ganz entspannt der Mensch, der Sie sind. Darin ist im Grunde der gesamte buddhistische Weg enthalten. Können Sie lernen, sich nicht nur auf dem Meditationskissen zu entspannen, sondern ebenso, wenn Sie Ihren Weg durch den Rest Ihres Lebens gehen, dann werden Sie Zugang zu all den unterschiedlichen Aspekten erhalten, die Sie zu dem Menschen machen, der Sie sind. Und jeder einzelne Aspekt, mag erschrecklich und schwachsinnig oder total amüsant und hoch gescheit sein, ist lediglich ein Teil des Gesamtbilds. Können Sie das erkennen, dann begreifen Sie, dass Sie bereits heilig sind. Warum sollten Sie sich also in der Überzeugung, dass das Heilige Ihnen längst inne wohnt, nicht entspannen? Der Weg der Meditation ist eine Schulung im Sein. Wenn ich Sie bitte, ganz entspannt der Mensch zu sein, der Sie sind, dann bitte ich Sie darum, Sie selbst zu sein. Was Sie sein oder was Sie tun sollen, damit in höherem Maß sichtbar wird, wer Sie sind, das brauchen Sie sich nicht auszudenken. Wenn Sie zu einer Party oder zur Arbeit gehen, müssen Sie ja auch nicht angestrengt nachdenken, wie Sie sein sollen. Sie können einfach Sie selbst sein. Das ist hier der entscheidende Punkt. Meditation dient Ihnen lediglich als Mittel, mit dessen Hilfe Sie zulassen können, Sie selbst zu sein. Sie hilft Ihnen, tatsächlich empfinden zu können, dass Sie gut genug, würdig genug, freundlich, stark und klug genug sind, um letztlich mit allem, was in Ihrem Leben geschieht, umgehen zu können. Darauf haben Sie Anspruch. Sie brauchen nur zuzustimmen. Ich hoffe, diese Meditationspraxis wird hilfreich für Sie sein und Sie verwandeln, so wie Sie mich verwandelt hat. Ich hoffe, dank der Praxis werden Sie ein freundlicherer, sich selbst treu bleibender Mensch sein. Ich hoffe, Sie erleben Momente, in denen Ihnen klar wird, wie gut Sie sind. Und dank dieser Momente werden Sie hoffentlich immer besser in der Lage sein, mit allem zurechtzukommen, was in Ihrem Leben geschieht. Mit dem Bücherschreiben habe ich angefangen, weil ich mir dachte, würde auch nur ein einziger Mensch mein erstes Buch in die Hand nehmen und zu meditieren beginnen, wäre das für mich bereits ein Erfolg. Ich habe Vertrauen in diese einfache Technik und in die Kraft, die in ihrer Einfachheit liegt. Falls Sie jener eine Mensch sind, der zu meditieren beginnt und durch diese Praxis transformiert wird, dann weiß ich, dass Sie daraufhin großartige Dinge tun werden. Diese Welt benötigt Menschen, die darauf hinarbeiten, ihr Leben mit größerem Selbstgewahrsein zu führen und freundlicher zu sein. Wir brauchen 100 Millionen von Ihnen, aber mit Ihnen fängt es an. Bitte schließen Sie sich mir an und meditieren Sie regelmäßig. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020